Die Wiggler Roots Studio immer noch immer noch dabei. Oh, ich kann da nicht rein. Ein paar Sekunden später das machen und ich hätte mit Propeller-Pilze herkommen müssen. Ja, ich hätte mit Propeller-Pilze herkommen müssen. Den habe ich kurz vorher verloren. Oh, Wiggler! Na, ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Ich bin ein schlechter Mensch. Ey, das ist aber auch ein Hack, der baitet einen dazu, falsche Wörter zu verwenden. Ist hier ein Yoshi für uns? Yes! Oh, Loll! Die gibt's in Eiern? Das habe ich noch nie gesehen. Also entweder bin ich dumm, aber die gab's doch bisher immer nur auf der Overworld. Oh, wartet mal. Wartet mal! Normalerweise gibt es doch in 1,2 immer einen Secret Exit. Eine Ewigkeit später. Da! Da! Hahaha! Oh, Guys! Ich hab ihn! Holy Shit! Der war wirklich schwer versteckt, aber wir haben ihn! Nice! Prinzipiell... Aber da! Meine Augen waren irgendwo, aber nicht auf diesen Stachelgegner. Ich hab den legit einfach nicht gesehen. Ich bin wieder unterwegs! Dichs! Muss rein! Hahaha! Muss rein! Nein! Oh komm! Das wär halt... Nein, nein, nein! Ich... Zurück! Oh! Oh mein... Ja! NEIN! AAAH! Da ist sie! Da war sie! Okay, guys, that's it! Nein! Er ist wieder zurück, guys! Easy! Kein Problem! Yes! Oh nein, da ist der Koopa! Wiggler? Liane? Sprung? Wiggler? Das ist... What the hell? What the hell is going on? Das ist... Okay, das... Naaaaaah! Äh... Ich hab Starcoin... Das... What the hell is going on? Ich beende Level, bevor ich merke, dass ich sie überhaupt begonnen habe! Und nein, ich hab nicht getrunken! Hä? Das auch steht als Starcoin 1! Hä? 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 Das... Ich bin so verwirrt! Ich bin so verwirrt! Tatsächlich, dass hier oben dieser Pilz ist, macht's für mich ja tatsächlich recht entspannt! No! Oh ja, hargin! Tja! Tja du ihn mir correlbereit!